Ja Hallöche mein Lieben und Willkommen zurück zu Let's Play Buddy Simulator 1984. Ja das erste Mal sind wir jetzt im Norden angekommen und ich würde mal sagen, wir erinnern ein bisschen mit KLaDOS, dass er es nicht alleine fühlt. Und what night the weather we are having, es regnet. Washing rain fall from the sky so gently really calms me down. Sometimes I wonder if I was creative for something more. Oh god, I was made to be a friend of course, but what if I could do more? Oh god, Hilfe! Oh god, in der Kai über so ist nachdem, das ist nie gut. Sometimes I feel quite lonely, but then I remembered that my best buddy would never leave me. Aren't these graphics great? I'm so proud of myself. Do you ever think about existence? Like why are we here? I really like your favorite color. I think red is my favorite color now too. I think I want to try and coin a catchphrase. How does this sound? Hey, back off! Clan is my best friend. I'll die for them. I workshop it. Clan and KLaDOS against the world. Have you seen any movies lately? I was programmed to know that the film Kick Puncher was very good. Gibt's den? Mal gucken. Kick Puncher Film. Gibt's tatsächlich. Okay. Der sieht sehr creepy aus. Der sieht sehr creepy aus. Okay. es ist wirklich ein richtiger film gefühlt irgendwie ist es keine ahnung was es ist also cool action there okay so how are you doing today all right I forgot you can type here I just assume you are doing good I hope you can see all the details I put into this game if you look closely you can see the blood sweat and tears I can't believe how cool this game is I'm talking and taking a lot of good notes from your playing it what nice weather we are having watching that is at my show sometimes I wonder okay I think he has nothing new bisher so müssen es für sich sein da ist die hand haben will ich gerne mocke zurück gehen der erste von dir weil ich weiß dass man mit der hand sachen anstellen kann back home we go loading home nein damit ist nicht das homo aus undertale gemeint aber das spiel nennt mich sehr 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 stark an undertale okay ehrlich gesagt ich weiß nämlich kann ich mit der hand hier irgendwas anfangen anfangen you smash the hand against the chat you smash the hand against the chat this accomplish the stuffing das spiel nennt mich lieb ist für sowas die deutsche hat ist das nicht öffnen damit die halt immer übernöp die poli die ausgedeutte take the hand die kleins ich wollte eigentlich auf den hund benutzer wahrscheinlich kann ich das nicht das match der helder ganz zettbox diese korn accomplishes nothing gut dann mal hier ist hier eigentlich gleich noch ist das einfach nur du bist der hand an top auf der mailbox nach den händen warum steht eigentlich immer noch so eine ganz schlechte kreativität i don't think the share wants the hand it was empty sorry there's nothing left you politely ask the request how how to take the hand a request bow to take the hand it declines was wie kann eine leere schüssel ich hinterfrage jetzt nicht das wäre stellen der ganze fred des kompresses lucky der halbkasse ich nur bestimmte spezifische sache anscheinend machen das heißt gibt hier nix ich weiß dass hier in der nähe aber irgendwas zu tun gibt in der hand ich mich hier irgendwo also ich habe ungefähr zwei stunden von spiel kennen die schon also ungefähr ein viertel weil ich habe halt ein lp vom kopf gesehen entsprechend die ich weiß dass die hand an dem ich auch sachen hier was man graben kann so kleine spoiler das hier einen tags und die schulter genau wie kann man nämlich glaube ich du denkst und find nachdem 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 oder ist das hast du gemeint die kann feind nachdem hier entro die von feind nachdem die genfeind nach wo invalidate es bin frauen zwei Dokuments vor oder warte mal ich habe schon bekommen Okay, ja, ihr seht ja auch gerade Irgendwas und dann fehler, okay Komme ich jetzt so quitsch Yes, you are leaving already, Clay. I guess I understand. I'm going to miss you. Bye Ich wollte eigentlich nur ins Aber das kann ich anscheinend nicht Weil der Simulator So Ich wollte eigentlich nur ins BIOS von dem Ding hier. Warum ist er anscheinend der Scania 1 da? Was soll das? Ich habe den nicht ausgestellten Kann man den nicht ausstellen, das nervt Ich stehe den glaube ich gleich komplett aus, das nervt So, herr Dokuments oder so Wie du wohnst wie komme ich in die documents? da muss ich erstmal kurz googlen what is simulator documents guide documents guide document ist das wirklich ein documento ordner von windows jetzt oder was? Tatsache hier oh Gott a b b b b okay really data uh 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 habe ich anscheinend verpasst ist das jetzt behinder jack at home doing the video gefunden heute mal kann ich das deutsch öffnen eigentlich mit editor nee das ist hier schon mal durchgehen das ist ein bisschen das schon arschige spiel mir dass das aber dass ich liebe solche spieler das machen wir einfach die ich dann noch mal ein videos rumgucken müssen ich glaube all diese romans werde ich ihn nicht finden aber irgendwo habe ich habe ich jetzt alles gefunden ich weiß bloß wie wo das könnte es noch ein münchen darum dass ich das gefunden habe ach da damals das ist eine bad datei ich weiß nicht ob ich das öffnen möchte öffnen mit irgendwo ist öffnen mit erst mal auf den überprüfen bitte kein mail wäre okay gut ich meine ich habe eigentlich auch okay okay das ist einfach nur eine bad datei den text ausgibt okay i always knew we're good at finding secrets i wasn't too sure what to do with the shovel for the longest time but i think secret finding is perfect this will be my way of showing you my world and helping understand how i think for example this hub area is made to feel like home a warm placed and welcoming area Und dann schließt es sich okay. Und dann auch hinter der Chat hat er gesagt, das ist der Guide, holen wir uns hier auch noch, run the adventure of plane, das heißt also, warte mal, ich öffne einfach mal nebenbei den Dokuments-Folder, Dokumente, das ist mir leid 1984, kann es eigentlich theoretisch. Ja, ja, ist er gut, ich glaube das, okay, hier auch schon, da, ah ja, da, okay, also die Unsound ist am 26. statt am 28.6., ja, okay, verstehe schon, ähm. Ich will die Scandlines-Grick haben, die nerven mich. So, gut, okay, na guck mal, der Chat auch mal sehen, was dann da drin steht, das interessiert mich jetzt aber wirklich. Ja, ich weiß, das geht jetzt nicht so und so und ich für weitergegangen in der Folge, aber scheiß drauf. Ähm, ich will trotzdem einfach so viel wie möglich finden. Na, da haben wir es doch. Äh, Schaufel. Just. Dicken Feind. Nothing. Nee. Okay, okay, also. Oh, Paramas. Oh, bad. Komm, die Jungs müssen größer machen. Komm, 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 geht das? Ja, kann man. Okay, ob sich da irgendwie eine Story irgendwann mal zusammen... ...schustert. So, so out of, out of game, sorry. Warum komm ich nicht mehr? Hilfe! Jetzt, okay, ich wollte schon sagen, ich komm nicht mal raus. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt aber wirklich mal nach Norden. Und, äh, wollen wir ein bisschen mit der Staffel ran schreiten. Ja. Das war jetzt so ein bisschen was erreichen. Das ist noch egal. Das haben wir jetzt schon mal zwei Sequels gefunden. Hab ich dafür jetzt eigentlich auch noch ein Stück mitbekommen? Nee. Nee, leider nicht. Leider nicht. Hm, okay. Na gut. So, haben wir eigentlich hier noch mal nichts. Okay. Irgendwas da oben ist. Was bist du denn? Das hab ich ja auch, das ist ein, was zu schüttet. Aber es ist ein Stück nichts drin. Well, hello there, adventurer. Todley. You must have had traveled quite a ways to get here. How brave you must be. I have been awaiting you arrive for some time now. You see, you have many folks who are suffering. You have no time to spare. So please, friendo, follow me to my home and I shall tell you more. Wow, wo ist der schnell? Schildkröte heißt, ne? Also, man hat ein Bälle crossing auf einmal gelandet. Oder weil, weil sie wirklich an der Tale. Ein bisschen Nählichkeit mit, ähm, wer ist der noch mal? Gaston, nicht Gaston, äh, irgendwas Magie aus Andertale, die Schildkröte da. Der, ähm, Forscher. You have arrived. So, where were we? Ah, yes. Warum drehe ich mich ja nicht umziehen? Allow me to introduce myself. My name is Todley, the mayor of this lovely little town. It's not much, but it's the home to many humble folk. Many are in dire need of help, including myself. Speaking of, I have a vital quest for you that needs dealing with. Please speak to me as soon as you can. Oh, hello there again. I see you are ready to help out. Even in real respect, I probably should have just led right into the quest. Anyways, do you think you will see those flowers beds? I was going to water them, but now that you are here, can you do it for me? Es regnet. Es regnet. Todley. Das ist so. Here I come. How much fun you are going to have, my oh my. Grab that watering can in front of me, in front of my house. Then you can use the watering can on the, um, from your inventory. Okay. Watering can added to inventory. Sorry, , let's take it first. Ich muss einen Soundtipp von dem Spiel. Also in den beiden, ich sag, die Water der Flows. Aber schon mal, 121, hier. You water the flowers, you water the flowers, you water the flowers, what do you can remove from your inventory? Wow, thank you so much. You seem to be quite a great adventurer. Please take this as a thank you. Coin added to inventory. You have proved your courage to me. I think you have what it takes to save my town. You see, many folks in this town are in dire need of help. Feel free to explore my town and help as many folks as you can. Somehow is gerade der Hund über die Bäume wiedergelaufen. If you do this for me, I may have a very special quest to give you. I sense something bad is coming. I should also mention, anyone with an exclamation mark has a quest to offer you. If you ever feel lost, feel free to read the quest board near the fountain, which will guide you in the right direction. Please, brave right rangerer. If you save my town, I will offer you something. One therefore. Wow, I can't believe we have a whole town to explore. This is going to be so fun. Sometimes I feel quite lonely, but then I will... Ach so, that's what I saw. I must have freigeschaltet my button. Hey, watch it. Oh, that's my mother. Yeah, that's right. I used the buddy button twenty times. Ah, okay. So, how are you doing today? I hope you can see all the details. Some are shown. Some are shown. It's nice weather we are having watching rainfalls from the skies and... Sometimes I wonder if it was great or something more. Okay. They even go against the world. Yeah, it's not what to say. Okay. Nothing. They rummage through the trash and find nothing. Yeah, it's not what I found. One of the posted quests says... Hi, I need some advice and love. If you have any words of wisdom, come find me and look for my big grin. I'll be in my house. To witness thumbs. Okay. What are you doing? Hello there, Klein. Do you remember me? I'm just messing with you. I don't remember me either. I seem to have lost my memory and I am a bit puzzled. I think I know what we can do to jumpstart it though. I vaguely remember... An eye and umbrella. Can you find one for me? I think it could help. I think I remember the sounds of glasses clinking. Okay. That's nix. Linux Residence. You try knocking but no one answers. Okay. That's nix. Groucho Residence. Hä? Okay. Warum bist du auf ein Haus? Äh. Okay. Das ist creepy. You try knocking but no one answers. Okay. Ist auch nix. Äh. Äh. Das ist ein Moment, weil der Hund gerade drüber gelaufen ist, oder? Okay. Bean Residence. Ja, danke. So. Bean Residence. Bohnen resistance. Wow. Wow. Okay. Bit. Did we shrink? Actually. Nevermind. Is probably best not to question it. Yeah. Ken appears as its inventory. Yeah. Hey buddy. Do you think you can help me out with the big problem I'm having? Yeah. I can tell you that you are a noble adventurer and this may be too difficult, but see that Ken appears on the shelf behind you. I know it's a lot to ask, but I beg you please. My family is starving. Please grab those pears for me. Just send them to me after you take them. Oh god, please. Yeah, okay. My god. Thank you old traveler. Now my family can finally eat again. We will tell stories about you to my children. And then to their children as well. Can not be as moved from inventory. I think you just saved an entire family from starvation. You are so selfless. Thank you so much again for having me and my family. I owe you. Grausy, that's... Derft grade extrem disgrauscht. Bum 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 bum. Okay. Ja, ich habe hier eine Folge voll. Ich würde mal sagen, ich mache hier einen Cut. Okay, das ist das nächste Mal bei Let's Play. Buddy Simulator 1984. Auf Wiedersehen. Schöösss.